Was? 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 Zeig doch mal, ob da was rauskommt, mach jetzt. Komm, schüttel doch mal. Da ist noch was drin, Leute, ehrlich. Schüttel das Fass aus. Kann man das hier nicht rausziehen, Toto? Soll ich den Flaschenöffner bringen? Guck mal, da läuft's. Zieh raus, den Scheiß. Da ist noch richtig was drin. Guck mal hier. Ihr macht nicht so viel, das Glatz läuft über. Hast du das gesehen, Steff? Ihr saut da rum. Da ist immer noch was drin. Christian, links und rechts bringt's auch. Guck mal. Gib das Glas nicht um. Nein, das ist zu teuer. Das ist, glaube ich, doch leer jetzt. Prost. 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 Christian, sag mal Postverteilungsbezirk. Arnsberg. Postverteilungs-Oberpostdirektion. Ich könnte das nicht. Das könnte ich nicht.